Heute bei TMTV blicken wir auf die Insel, genauer gesagt nach London, denn Maurizio Pochettino ist nicht mehr Trainer von Tottenham. Sein Nachfolger steht bereits fest, Jose Mourinho. Dann blicken wir in die Gerüchteküche, da gibt es einiges zu den Bayern und auch zu Borussia Dortmund. Und passend zum Abschluss der Länderspielpause haben wir die Top-Torschützen der EM-Quali für euch. Wir freuen uns natürlich über jedes Abo, das ihr uns da lasst und natürlich über jede Menge Likes und auch Kommentare. 14 Punkte aus 12 Spielen, Tabellenplatz 14 und nur drei Unentschieden aus den letzten fünf Partien. Das war den Verantwortlichen zu wenig. Maurizio Pochettino muss seinen Stuhl bei Tottenham Hotspur räumen. Laut Tottenhams Vorstandsvorsitzendem Daniel Levy habe man den Wechsel nur widerwillig vorgenommen. Aber die Entscheidung soll im besten Sinne des Klubs gefallen sein. Die Verantwortlichen haben dann gleich mal Nägel mit Köpfen gemacht und heute Morgen einen prominenten Nachfolger präsentiert. Denn nach der Entlassung gestern Abend übernimmt kein geringerer als Jose Mourinho die Trainerstelle bei Tottenham. Zunächst wollen wir aber mal schauen, wie sich Pochettino bei den Spurs geschlagen hat. Seit Mai 2014 war er im Amt. Also knapp 5,5 Spielzeiten. Titel gab es keine. Auch wenn er mit seiner Mannschaft brutal nah dran war. 2015 die Niederlage im Liga-Pokal gegen Chelsea. Das war seine erste Saison. Und in der vergangenen Saison das Champions-League-Finale gegen Liverpool. Das ist ja den meisten noch in Erinnerung. Der Punkteschnitt war gar nicht so verkehrt. 1,84 Punkte pro Spiel für Pochettino bei den Tottenham Hotspur. Soweit also die Zahlen zu Pochettino. Wir wollen uns nun seinem Nachfolger Jose Mourinho widmen und blicken doch gleich einmal darauf, wie sich beide Trainer dann allzeit geschlagen haben. Wir haben einen Vergleich vorbereitet, der einmal die beiden Übungsleiter miteinander vergleicht. Man sieht Jose Mourinho schon deutlich länger im Geschäft. 820 Spiele stehen 513 gegenüber. Mourinho bereits tätig, zweimal für Chelsea mit Porto. 2004 die Champions League gewonnen, das Triple mit Inter Mailand und zuletzt Übungsleiter von Manchester United. Punkteschnitt von 2,13 insgesamt. Pochettino hat ein bisschen weniger Erfahrung für Espanyol, Barcelona, Southampton und Tottenham. Kommt er auf einen Punkteschnitt von 1,6 Punkten pro Spiel. Nun übernimmt also The Special One das Team der Spurs und Vorstandschef Daniel Levy gilt als großer Bewunderer des Portugiesen, zumindest was das Fachliche angeht. Wir haben jedoch einen interessanten Ansatz gefunden, wo es möglicherweise zu Meinungsverschiedenheiten kommen könnte. Und das sind die Transferausgaben. Denn Levy gilt eher als Sparfuchs im Geschäft, hat nach zwei Jahren ohne Transfer in diesem Sommer einmal wieder zugeschlagen und 114 Millionen Euro ausgegeben. Hat zuletzt zwar auch immer wieder betont, dass man trotz der Umschuldung des Stadionkredits nichts Verrücktes auf dem Transfermarkt machen möchte. Pochettino wollte angeblich neue Spieler. Mourinho hingegen ist der Trainer mit den meisten Transferausgaben. Insgesamt hat er Spieler für 1,5 Milliarden Euro verpflichtet. Das ist schon eine wahnsinnige Summe. Sein Rekordtransfer war Paul Pogba, der hat 105 Millionen Euro gekostet. Im Vergleich Tottenhams Ndombele, das ist deren Rekordtransfer, gerade mal 60 Millionen Euro. Und wenn man sich die Ausgaben von Tottenham anguckt unter Pochettino, das sind gerade mal 438,5 Millionen Euro. Weltweit wäre das Platz 22 und im Vergleich Barca, City und Juve in dieser Zeit mehr als eine Milliarde Euro in Transfers investiert. Laut englischen Medien wurde Mourinho aber zugesagt, dass er im Januar und auch im Sommer investieren darf, wenn er es für notwendig hält. Auch weil die Verträge von Fatongen, Alderweireit und Eriksen auslaufen. Also er darf, Sky schreibt aber auch, vielleicht möchte er das gar nicht. Denn Mourinho, wenn er den Kader, den jetzigen Kader für stark genug hält, dann muss er vielleicht auch gar nicht investieren. Es wird wohl auf einen Kompromiss hinauslaufen, wie viel man ausgeben möchte. Und vor allen Dingen auch, ob man die Verträge von Eriksen, Alderweireit und Fatongen verlängert. Und wie lange Harry Kane überhaupt noch bei Tottenham bleibt. Also alles spielt da mit rein. Jose Mourinho ist zurück in der Premier League. Die Frage an euch, passt das überhaupt mit den Spurs und kriegt ihr die Truppe überhaupt wieder auf Kurs? Eure Meinung ist gefragt. Teilt sie uns doch gerne in den Kommentaren mit. Und wo jetzt Jose Mourinho vom Markt ist, ist Maurizio Pochettino ja wieder auf dem Markt. Und meiner Meinung nach haben die Bayern ja immer noch ihre Trainerfrage nicht so wirklich geklärt. Aktuell Trainer bei den Bayern Hansi Flick wurde auch bestätigt auf der Jahreshauptversammlung der Bayern. Hat eine Jobgarantie bis zum Winter bekommen. Das heißt aber natürlich nicht, dass er auch bis zum Sommer weitermacht. Denn Pochettino ist frei. Wäre das vielleicht einer für die Bayern? Fragt man die Profis, die sprechen sich aktuell für Flick aus. Vor allem Bayern-Profi Robert Lewandowski hat seinen Coach in höchsten Tönen gelobt. Spricht sich für eine weitere Zusammenarbeit aus. Er hat berichtet. Er, also Flick, hat uns taktisch sehr gut eingestellt. Die Spieler haben direkt an ihn und seine Worte geglaubt. Er hat uns neues Leben eingehaucht. Er ist ehrlich und direkt. Das haben die Spieler sofort gemerkt. Und weiter berichtet Lewandowski. Robert Lewandowski hat also eine klare Meinung. Er würde sehr gerne mit Hansi Flick zusammenarbeiten, weiter zusammenarbeiten. Frage aber an euch, ist Flick denn in dieser Kategorie als Top-Trainer anzusiedeln? Oder muss man vielleicht sogar einen Maurizio Pochettino holen, wenn so ein Trainer am Markt verfügt ist? Auch hier seid ihr wieder gefragt. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Er rührt und rührt und rührt. Gestern wieder dreimal im letzten EM-Quali-Spiel gegen Nordirland. Serge Gnabry hat mal kurz einen Dreierpack geschnürt und die Gäste von der Insel fast im Alleingang abgeschossen. Und damit hat er gleich mal einen alten DFB-Rekord eingestellt. Denn er erzielte nun 13 Tore in 13 Länderspielen. Das schaffte vor ihm nur ein legendärer Gerd Müller. Und das ist bereits 50 Jahre her. Also mal schauen, ob Gnabry im nächsten Länderspiel diese Serie ausbauen kann. Immer ein Lächeln im Gesicht hat auch Gareth Bale. Zumindest wenn er das Trikot der walisischen Nationalmannschaft trägt. Und gestern nach dem 2-0-Sieg über Ungarn, damit verbunden auch die Quali zu Euro 2020, dieses wunderbare Feierbild mit der walisischen Fahne und der Aufschrift Wales Golf Madrid in Dead Order. Also, da scheinen die Prioritäten geklärt bei Gareth Bale. Eine schöne Spitze in Richtung Real Madrid, sein aktueller Arbeitgeber. Denn dort ist er fast nur außen vor. Hat in La Liga gerade einmal sechs Partien absolviert. Bei der Nationalmannschaft, da ist er on fire. Da blüht er auf, ist unangefochtener Leader seines Teams, Kapitän. Und wenn es weiter so läuft im Klub, dann wird er wohl ausgeruht und top vorbereitet mit Wales bei der EM aufdribbeln. Wir machen weiter mit der Gerüchteküche und starten in München. Denn laut Sport1-Informationen soll der deutsche Rekordmeister ein Auge auf Dennis Geiger von der TSG Hoffenheim geworfen haben. Nach dem Auswärtssieg in München bekam er Sonderlob von Ex-Coach Niko Kovac. Und nicht nur Niko Kovac, sondern auch der Bundestrainer hat sich recht positiv über Geiger geäußert. Joachim Löw sagt, Dennis ist ein sehr guter Spieler, der als Spielertyp in der U21 die Chefrolle einnimmt. Er ist technisch gut und hat eine gute Entwicklung genommen. Er ist ein Spieler mit großer Perspektive. Und wir bewerten alle U21-Nationalspieler ständig. Ja und nicht nur Jogi Löw könnte sich Geiger vorstellen bei den Bayern. Und auch die User in unserer Gerüchteküche mit einem interessanten Ansatz zu Dennis Geiger. Ronaldo schreibt, Also Dennis Geiger möglicherweise eine Idee für das Bayern-Mittelfeld. Zudem seien aber auch Pep Guardiola interessiert. Ein großer Fan von ihm. Und auch Everton ist wohl an Geiger dran. Langfristig wäre Geiger sicherlich eine Alternative für Javi Martinez. Denn mittlerweile ist der damalige Rekordtransfer der Münchner 31 Jahre alt. Und obwohl er zuletzt souveräne Leistungen gezeigt hat in der Champions League und auch gegen den BVB unter Hansi Flick, soll nun Athletic Bilbao an einer Rückkehr arbeiten. Es sollen Gespräche geben mit dem FC Bayern über eine Rückkehr. 10 Millionen Euro Ablöse stehen im Raum und ein Zwei-Jahres-Vertrag. Das hat der öffentlich-rechtliche Sender ETB berichtet. Bei Borussia Dortmund ist Jakob Brün-Lasen hingegen mit seiner Rolle und auch den Einsatzzeiten eher nicht so zufrieden. Er liebäugelt mit einem Wechsel nach Stuttgart. Laut der BILD wolle er lieber heute als morgen gehen in Stuttgart. Die sollen den Dänen auf dem Zettel haben. Da arbeitet ja Sven Mislintat, der ehemalige BVB-Scout. Und der scheint noch gute Kontakte zu den Schwarz-Gelben zu haben. Karim Adeyemi, 17 Jahre jung, spielt für den FC Liefering in Österreich und soll nun im Fokus der Borussen stehen. Eine erste Kontaktaufnahme soll erfolgt sein. Auch Barcelona sei schon abgeblitzt mit einem 15-Millionen-Euro-Angebot. Arsenal und Liverpool streckten ebenso die Fühle aus. Und jetzt soll auch der BVB sich mit dem Nachwuchstalent beschäftigen. Vor allem, wenn Jadon Sancho den Verein möglicherweise verlässt, dann wäre er vielleicht der Nachfolger. Ferran Torres vom FC Valencia stand ebenfalls bei den Borussen auf dem Zettel. Die sollen nun aber Konkurrenz bekommen haben, und zwar von Juventus Turin. Das berichtet Corriello dello Sport aus Italien. Juve sei demnach sehr interessiert, den Rechtsaußen von Valencia zu verpflichten. In zwölf Einsätzen in La Liga kam er auf ein Tor und eine Vorlage. Wir bleiben im Pott und gehen von Schwarz-Gelb zu Blau-Weiß. Denn Schalke möchte den auslaufenden Vertrag mit Torhüter Alexander Nübel mit aller Macht verlängern. Und es gab ein richtig sattes Angebot. Das Gehalt verzehnfachen und die Laufzeit bis 2024. Diese Vertragsläufzeit sollen auch die Bayern bieten, allerdings mit einem deutlich niedrigeren Gehalt. Nübel wird ja seit geraumer Zeit als möglicher Nachfolger von Manuel Neuer gehandelt bei den Bayern. Nübels Teamkollege Amin Harit ist in dieser Saison richtig gut drauf. Nach elf Spielen hat er schon fünf Tore und zwei Assists auf dem Konto. Das weckte Begehrlichkeiten. Und jetzt soll Liverpool ihn genau beobachten. Das hat Correa dello Sport berichtet. Er hat sich rasant entwickelt, denn im Vergleich zur letzten Saison, da hat er 18 Spiele bestritten, nur ein Tor und lediglich zwei Vorlagen geliefert. Philipp Kostic überzeugt im Trikot von Eintracht Frankfurt. In Italien hat man das auch genau beobachtet. Laut Calcio Mercato hatte Milans Sportdirektor Zvonimir Boban den Serben seit geraumer Zeit auf dem Zettel. Im Gegenzug könnte Riccardo Rodriguez zu Eintracht gehen. Rodriguez steht in Mailand auf dem Abstellgleis, hat zwar noch einen Vertrag bis 2023. Ein Wechsel im Winter ist aber eher unwahrscheinlich. Paul Pogba ist nie so richtig warm geworden mit Manchester United. Auch diese Saison eher enttäuschend. Nur fünfmal stand er in der Premier League auf dem Platz. Tutu Sport berichtet nun, dass Juve weiterhin Pogba nach Italien zurückholen möchte. Sie planen danach, Can oder Mandzukic in diesen Deal mit einzubeziehen. Denn Pogbas Marktwert liegt aktuell bei 100 Millionen Euro. Das wäre sicherlich keine günstige Angelegenheit. Mario Mandzukic, gerade haben wir über ihn gesprochen. Für den läuft es nämlich noch bescheidener bei Juve. Der hat noch gar kein Pflichtspiel bestritten in dieser Saison in Italien. Maurizio Sarri plant überhaupt nicht mit ihm. Und jetzt soll er in den Fokus von Inter Miami gelangt sein. Die neue Franchise von David Beckham, das hat AS berichtet. Ein Abgang von Mandzukic gilt als sehr wahrscheinlich. Es gab ja schon Gerüchte um eine Rückkehr in die Bundesliga zu Borussia Dortmund oder eben im Zuge des Pogba-Deals zu Manchester United. Milans Grinia überzeugt bei Inter Mailand und das schon seit zwei Jahren. Denn nach der erfolgreichen letzten Saison überzeugt er auch in diesem Jahr. Zwölf Spiele waren möglich in der Serie A. Alle zwölf hat er von Beginn an bestritten. Der Lohn im Mai 2019 eine Vertragsverlängerung. Und im Zuge dieser Vertragsverlängerung gab es immer wieder Gerüchte um europäische Top-Klubs, die ihn gerne haben wollten. Barcelona und auch Real Madrid waren da im Gespräch und jetzt hat sich sein Berater Mithat Halis nochmals geäußert und gibt eine klare Richtung vor für seinen Schützling. Im Moment ist Real Madrid näher an einer Einigung mit Inter dran, denn sie wollen und brauchen den Spieler viel eher als Barcelona. Real und Barca buhlen schon seit zwei Jahren um seine Unterschrift. Also, da könnten wohl möglicherweise bald die Kassen klingeln in Mailand. Hakeem Zierch ist einer der Gründe, warum der niederländische Rekordmeister Ajax Amsterdam einsam seine Kreise an der Tabellenspitze zieht. Fünf Tore und acht Vorlagen steuerte der flexible Offensivspieler in der Iredivisie bei in diesem Jahr. Jetzt soll auch Tottenham wie zahlreiche andere Klubs am Marokkaner interessiert sein. Ajax-Geschäftsführer Edwin van der Sar geht davon aus, nachdem man De Ligt und auch De Jong in diesem Jahr abgegeben hat, im kommenden Sommer weitere Spieler zu verlieren. Dazu zählt dann wohl leider auch Hakeem Zierch. Das Länderspieljahr 2019 ist vorbei. Die deutsche Nationalmannschaft hat sich als Gruppensieger für die EM 2020 qualifiziert, wird höchstwahrscheinlich in München die komplette Vorrunde spielen. Und passend dazu haben wir die Statistik des Tages für euch, denn das sind die Top-5-Torschützen der EM-Qualifikation. Auf Platz 5 haben wir einen alten Bekannten aus der Bundesliga, ehemals für Schalke aktiv, Timo Pucki aus Finnland. Zehn Tore in zehn Spielen, damit hat er maßgeblichen Anteil an der Qualifikation seines Teams. Auf der vier, Alexander Mitrovic, ebenfalls zehn Tore geschossen, allerdings nur acht Spiele benötigt. Der Mann vom FC Fulham aus der zweiten englischen Liga. Er hier ein ganz heißer Kandidat. Eran Sahavi, elf Tore in zehn Spielen für Israel, hat in China gerade 29 Tore geschossen dieses Jahr. Über den Mann braucht man nicht viel erzählen. Cristiano Ronaldo, elf Tore in acht Spielen. Und nur dieser Herr war besser, Harry Kane, zwölf Tore in acht Partien. Das sind die besten Torschützen der EM-Qualifikation für die Euro 2020. Kein deutscher Spieler dabei, aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt wird. Wir haben noch den News-Ticker für euch und starten damit in Italien bei Juventus Turin. Denn die konnten den Vertrag mit Innenverteidiger Leonardo Bonucci bis 2024 langfristig verlängern. Der Innenverteidiger ist der erste von drei Spielern im aktuellen Kader, die langfristig gebunden werden sollen. Torwart Wojciech Ciccesny möchte die alte Dame ebenfalls gerne bis 2024 binden. Und Flügelflitzer Juan Cuadrado soll bis 2022 plus Option auf ein weiteres Jahr gehalten werden. Ebenfalls ein neues Arbeitspapier hat Bayerns Nachwuchstorwart Christian Früchtl unterschrieben. Der 19-Jährige bleibt bis 2022 im Kader des Rekordmeisters und soll sich mit Einsätzen im Drittligateam weiterhin für die Profis empfehlen. Sportdirektor Hasan Salihamidzic erklärte, er habe sich kontinuierlich weiterentwickelt und das wolle man nun gemeinsam fortsetzen. Ex-Düsseldorf-Profi Jerome Kiesewetter geht in der kommenden Saison für David Beckhams Club Inter Miami auf Torejagd. Der Mittelstürmer, der zuletzt in der USLC für El Paso Lokomotive kickte, verstärkt die neu gegründete Franchise aus Florida. Die Eingewöhnung sollte dadurch nicht sonderlich schwierig werden in den Vereinigten Staaten. Und Diego Maradona hat sein Traineramt bei Gymnasia La Plata niedergelegt. Das hat der Verein auf Anfrage der französischen Nachrichtenagentur AFP bestätigt. Der Weltmeister von 1986 hatte die Wiederwahl von Gabriel Pellegrino als Vereinschef zur Bedingung für die Fortsetzung seiner Amtszeit als Trainer gemacht. Als dessen Bewerbung für die Wahl an internen Querellen scheiterte, entschied sich auch Maradona für einen Abgang. Der Argentinier stand nur achtmal an der Seitenlinie von Gymnasia. Das war's für heute bei TMTV. Es war viel los in London bei Tottenham. Es war viel los in der Gerüchteküche. Wir haben über Gareth Bale gesprochen. Und wenn ihr von uns überhaupt nicht genug bekommen könnt, dann habe ich noch ein paar Videos für euch. Hier könnt ihr die Playlist mit unseren Transfermarkt-Highlights sehen. Und hier unten haben wir ein Special zu Jadon Sancho. Wird er der neue Ousmane Dembélé? Viel Spaß dabei!